Hass ist eine sehr starke Emotion und wenn ich so spontan das Wort hören so überlege, ich habe, ich weiß nicht, ich versuche so wenig wie möglich zu hassen oder ich, was heißt ich versuche, es kommt bei mir wirklich in sehr wenigen Situationen auf. Natürlich ist man immer mal pisst auf irgendwen, wenn was nicht klappt oder wenn irgendeiner nicht das macht, was man sich vielleicht erhofft hat oder vielleicht auch irgendeinen hintergeht oder so, aber Hass ist meiner Meinung nach kein Gefühl, was einen irgendwie vorantreibt und was einem irgendwie etwas Positives bringt und ich bin froh einfach damit, dass ich eigentlich sehr wenig Hass in mir habe.